Hey Leute, in diesem Video betrachten wir nur ein Produkt im Test. Wer gerne ein Vergleichsvideo der besten Top 3 oder Top 5 Produkte dieser Kategorie sehen möchte, findet dies in der Infobox und der Videobeschreibung verlinkt. Alle Erfahrungen habe ich entweder selbst gemacht, in Themen relevanten Blogs und Testportalen recherchiert oder aus aussagekräftigen Bewertungen entnommen. Vergiss nicht, einen Daumen nach oben zu geben und gerne ein Abo dazulassen. Ein kaltes Getränk auf der langen Autofahrt. Frisches Grillfleisch bei der Party am Baggersee. Das Leben ist angenehmer mit einer Kühlbox. Doch Kühlbox ist nicht gleich Kühlbox. Während einfache Modelle oft nur ein lauwarmes Ergebnis abliefern, sorgen Kompressorkühlboxen unabhängig von der Außentemperatur für echte Minusgrade. Bis hin zu minus 22 Grad Celsius zum Tiefkühlen. Und das dauerhaft, solange sie mit Strom aus der Autobatterie oder einer 230 Volt Steckdose versorgt werden. Überdies ist die Wunschtemperatur exakt einstellbar und für Thermostat geregelt. Na, da kann der Sommer ja kommen. Insgesamt habe ich 5 Kompressorkühlboxen hier miteinander im direkten Vergleich. Zu guter Letzt kommen wir zu der Kompressorkühlbox von Bodega. Die Bodega Kompressorkühlbox ist auch mit 2 Kühlzonen ausgestattet. Das Volumen von 35 Litern teilt sich in 25 und 10 Litern auf. Die großzügige Kühlbox ist mit Transporträdern und einem ausziehbaren Griff ausgestattet. So lässt sich das knapp 14 Kilogramm schwere Gerät leicht hin und her transportieren. Der Kühlbereich liegt zwischen minus 20 und plus 20 Grad Celsius. Ein Netzkabel und ein Zigarettenanzünderkabel gehören zum Lieferumfang. Über das digitale Display mit Soft-Touch-Tasten lassen sich die jeweiligen Temperaturzonen einstellen. Eine LED-Beleuchtung sorgt stets für Durchblick. Mit einer kostenlos herunterladbaren App lässt sich die Kühlbox sogar fernsteuern. Achtung Rabattcode! Für viele unserer empfohlenen Produkte gibt es versteckte Rabatte. Ruft euren Rabattcode ganz einfach über unseren Produktlink auf. Dieser ist dann automatisch hinterlegt. Der Rabattgutschein wird euch, sofern noch verfügbar, direkt unter dem Preis angezeigt. In diesem Beispiel wurden über 60 Euro zusätzlich gespart. Alles was man tun muss, ist durch einen einfachen Klick im Optionsfeld den Rabattgutschein zu aktivieren. Der Rabatt wird dann letztlich an der Kasse beim Bezahlen abgezogen. Über 64% unserer Produktlinks haben diese Rabattgutscheine hinterlegt. So lässt sich ordentlich Geld sparen. Noch nicht überzeugt? Dann schau gerne in diese Videos rein mit weiteren interessanten Produkttests.